Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr freundesgepflegten Klemmerstein, bei uns heute mit einem Set von Lestai, wie es der Name schon vermuten lässt, Do It Yourself, hier geht es um ein Mock. Aber dieses Mock wurde offiziell lizenziert, da gibt es einen Vertrag zwischen dem Mocker und Lestai, hier schon von Lestai zusammengestellt und wir können dort das Ganze als fertiges Set erwerben. Meiner Meinung nach ein Traum für jeden Mocker, beziehungsweise jeden, der gerne auch Mocks baut, etwas über den Tellerrand schaut und hier die Steine eben schon mit der Anleitung kaufen kann. Eine wirklich, wirklich tolle Sache und umso mehr freue ich, dass hier eine Kooperation zustande gekommen ist und zwar habe ich dieses Set von Lestai gestellt bekommen. Ich hoffe aber, ihr kennt das schon von anderen Sets, die ich von anderen Herstellern gestellt bekommen habe. Ich habe dort immer ehrlich meine Meinung gesagt und habe genauso Fehler wie Gutes angesprochen und genauso wird das auch hier bei Lestai der Fall sein. Aber auch für euch gibt es gute Nachrichten, denn ihr könnt mit dem Code Velibrick bei Lestai.de, ganz wichtig, Lestai.de, nicht Lestai.com, auf wirklich jedes Set, das ihr kaufen wollt, 20% sparen. Also falls ihr sowieso dort ein Set kaufen wollt, dann nutzt doch gerne den Code, um mich dort zu unterstützen, denn einen kleinen Betrag bekomme ich dort auch als Provision, da bin ich ja absolut ehrlich mit euch. Und natürlich zeigt ihr damit auch Lestai, dass ihr Interesse an diesen Sets und vielleicht diesen Videos habt. Also wenn das so ist, ihr helft mir damit sehr, sehr weiter. Mit der Vorrede möchte ich euch aber gar nicht noch länger warten lassen. Wir sehen anhand der Verpackung, das sind Einheitsverpackungen bei Lestai.de, was sich dann am Ende darin befindet. Dementsprechend mache ich das Ganze jetzt auf und wir schauen uns zusammen die Steinetüten an und wir lösen auf, um was es sich hier eigentlich handelt. Auch wenn es bei den Lestai-Boxen als Einheit-Box vielleicht nicht den größten Unterschied macht, wir können sie zerstörungsfrei öffnen, ihr wisst, das mag ich generell sehr. In dem Set finden wir meinen QR-Code, ich möchte ihn jetzt nicht komplett zeigen, um den Mockern nicht zu schädigen. Ich möchte sagen, dass seine Anleitung, für die er eigentlich ja Geld nimmt, öffentlich im Internet zu sehen ist. Ich kann euch nur sagen, diesen QR-Code können wir einscannen und uns dann die Anleitung anschauen. Auch vergesst hier bitte wie immer nicht, es handelt sich hier um ein vorgepacktes Mock. Die Box ist sehr, sehr gut gefüllt. Wir haben eine große, umfassende Steinetüte. Auch nochmal mit dem Hinweis, dass hier etwas fehlen sollte. Dann soll man sich doch bitte schnell melden. Und ich weiß auch von Lestai, die bringen das so gut es geht immer in Ordnung. Und in der großen Steinetüte haben wir dann sehr viele kleine Steinetüten. Dabei handelt es sich um solche kleinen Sippbeutel. Und wir haben hier die Steine grob nach Art sortiert. Ihr seht jetzt vielleicht schon an den vielen grauen Steinen und noch diesen Beutel, der dazu ist, um was es sich hier handeln wird. Ich möchte euch da aber gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich zeige euch, was wir hier überhaupt bauen. Und ihr kennt das Spiel, über die Steinequalität reden wir natürlich erst während des Baus, wenn wir auch wirklich etwas zur Qualität sagen können. Bauschritt 23 ist vorüber und wir haben das Kettenlaufwerk soweit schon vorbereitet. Jetzt würde hier nur noch die Verkleidung rankommen und dann würden wir auch schon die Ketten aufziehen. Bevor das aber passiert, möchte ich euch natürlich gern zeigen, wie das Kettenlaufwerk hier aufgebaut ist. Ich finde, das ist nämlich durchaus interessant gemacht. Wir haben oben diese 2x4er Plates mit Aufnahme für die kleinen Räderchen. Da haben wir dann auch diese kleinen silbernen Räder drauf gebaut. Und unten bauen wir alles selbst. Dort haben wir die 2x4er Plates mit Pinaufnahme auf jeder Seite und bauen 14x genau gleich dieses Element. Das sind diese Round-Teils mit Loch in der Mitte. Hier zweimal dann der Axtopper dazwischen, nochmal so ein Round-Teil mit Loch in der Mitte. Und dann haben wir eine Round-Plate mit Achsaufnahme in der Mitte. Darauf wird dann dieses Technik-Teil gesetzt. Und damit haben wir dann eine eigens gebaute bewegliche Fahrwerkskonstruktion. Und das Schöne ist, es kommt komplett ohne Gummibänder aus. Hier oben haben wir noch ein Turntable eingebaut. Da bin ich sehr gespannt, was damit noch passieren wird. Bisher lässt sich das Ganze auch sehr gut bauen. Es gab keinen Fehler in der Anleitung. Also würde ich sagen, es geht weiter und wir sehen uns dann nach den nächsten wichtigen Bauschritten wieder. Bauschritt Nummer 64 haben wir hinter uns. Die Ketten sind aufgezogen. Der Kettenschutz ist auch schon dran. Und die Panzerwanne an sich ist eigentlich so gut wie fertiggestellt. Ich habe bisher immer noch sehr viel Spaß und muss sagen, bei der Anleitung auf jeden Fall großen, großen Respekt an den Mocker. Hier hatte ich bisher nur einmal den Fall, dass ich gedacht habe, so richtig durchdacht ist die Anleitung nicht. Aber auch nicht von der Konstruktion, sondern eher vom Ablauf. Und das war beim Kettenaufziehen. Denn diese Verkleidung ist ja hier an Baurichtungsumkehrer gebaut. Und die Baurichtungsumkehrer bauen wir ran, bevor wir die Ketten aufziehen. Das würde ich nicht machen. Ich würde erst die Ketten aufziehen und dann diese Baurichtungsumkehr reinbauen. Denn das Kettenaufziehen wird sehr, sehr viel schwieriger, sobald die Baurichtungsumkehr montiert ist. Es ging auch so, ich musste sie nicht mal abbauen. Es war aber dadurch schon sehr, sehr viel fummeliger. Auf der anderen Seite habe ich es dann mal abgebaut und habe es so versucht. Das war deutlich angenehmer. Das sind aber kleine Probleme, die man auf jeden Fall verschmerzen kann bei einer Mock-Anleitung. Auch wie gesagt, bis hierhin sehr, sehr gute Anleitung vom Mocker. Die Ketten laufen auch, aber etwas hakelig auf einem Teppich laufen die auf jeden Fall gut. Auf dem Tisch passiert hier nicht viel. Der bietet aber auch nicht wirklich viel Grip. Das ist ähnlich wie bei den meisten Herstellern. Der einzige Hersteller, der das schon etwas besser hinbekommen hat auf diesem Tisch, war Kobi. Die Steinequalität ist vom Verbauen sehr, sehr angenehm. Es könnte aber die Klemmkraft noch ein wenig höher sein. Denn dieses weiche Baugefühl, dieses angenehme Baugefühl fordert hier an einigen Stellen ein wenig Tribut. Das heißt nicht, dass die Steine sofort abfallen. Sie sind aber leicht unter Lego. Dadurch lassen sie sich, wie gesagt, sehr, sehr angenehm verbauen. Ich persönlich hätte es gern noch ein Stück härter. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Steinequalität. Und rein vom Baugefühl und der Klemmkraft finde ich mindestens auf dem Niveau wie Rebrick. Wenn nicht sogar ein Stück besser, wo ich ja sonst meine Steine für Mox bezogen habe. Was hier sehr auffällt, das ist aber ein Problem, was man bei Mox ja generell oft hat. Und auch bei Rebrick der Fall ist, dass wir, obwohl wir ja eigentlich hier dieselbe Farbe ständig verbauen, so viele verschiedene Farbtöne und Farbnuancen haben. Ihr seht das, das könnten einige als etwas störend empfinden, ist aber wie gesagt bei Mox oftmals das Problem. Da wird auch, wenn wir das von verschiedenen Herstellern zusammenkaufen, immer verschiedene Farbtöne haben werden. Wenn man das jetzt alles vom dänischen Hersteller bestellt, dann mag das nicht so sein. Es ist aber natürlich auch sehr, sehr viel teurer. Und ich finde gerade bei einem Panzer, der schon etwas im Dienst ist, da stört es überhaupt nicht, wenn wir diese Farbabweichungen haben. Da gibt es andere Sachen, wo das mehr stört. Es sind zum Bauen eines Mox auf jeden Fall solide Steine von der Qualität. Und es gab bisher noch keine Ausreißer komplett nach unten. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich denke, ich baue das Ganze jetzt fertig und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Panzer wieder. Und fertig ist damit unser allererstes zusammengebautes Mox von Lestai, der IS-4M sowjetischer Heavy Tank. Ich muss sagen, am Ende hat die Anleitung leider etwas nachgelassen. Ich meine, davor war es eine sehr gute Mox-Anleitung. Am Ende hatte man so ein wenig das Gefühl, die Luft war raus. Dann wurden dort hin und wieder mal Sachen vergessen. Also zum Beispiel ein Drehsymbol wurde vergessen. Oder es war eine Bau-ist-so-oft-Angabe falsch. Da stand zum Beispiel zweimal statt viermal. Und die Ansichten wurden auch wirklich nicht mehr allzu gut gewählt. Also gerade beim Tor musste man hin und wieder etwas rätseln. Und ohne Vorkenntnisse beim Klemmbausteinbau wäre das nichts geworden. Das ist aber wie bei jedem Mox meiner Meinung nach. Ich würde niemals, wenn ich mit Klemmbaustein anfange, mit Mox anfangen. Sondern ein paar Sets sollte man vorher auf jeden Fall schon gebaut haben. Trotzdem davon abgesehen eine wirklich gute Mox-Anleitung. Denn auch das Ergebnis designmäßig gefällt mir gut. Wir haben hier baumäßig ein paar Kniffe, die ich euch jetzt nicht genau zeigen kann, wie sie gebaut wurden. Denn ich möchte hier einfach auch die Arbeit des Mockers wertschätzen. Und nicht alle seine Tricks, die hier verwendet wurden, irgendwie preisgeben. Da solltet ihr dann am besten wirklich eine Anleitung von dem Mocker kaufen. Oder euch eben dieses Set bei Lesti. Ob das aber eine Empfehlung ist, das finden wir jetzt im Fazit heraus. Steinmäßig, habe ich schon gesagt, sind wir hier ungefähr auf derselben Qualität wie bei V-Brick. Wir haben ähnliche Farbabweichungen. Also hier sind auch verschiedene Hersteller sicherlich wieder zusammensortiert worden. Anders kann ich mir diese Farbabweichungen nicht erklären. Aber alle Steine haben sich gut verbauen lassen. Und das Ganze ist auch stabil geworden. Deshalb, wie gesagt, eine ähnliche Qualität wie bei V-Brick. Nur, dass man dort deutlich mehr bezahlt hätte, um sich dieses Mock hier zusammenzustellen. Und dann auch noch Teile an anderer Stelle nachkaufen hätte müssen. Deshalb ist es natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Das Lesti hier das Zusammenstellen des Mocks schon übernimmt. Ich finde das Design des Panzers auf jeden Fall sehr gelungen. Hier sind sehr viele schöne Details reingeflossen. Trotzdem sieht man dem Ganzen schon an, dass es ein Mock ist. Was aber meiner Meinung nach gar nichts Schlechtes heißt. Ich finde so kleine Details schön, wie dass wir diesen Übergang, den ihr hier hinten seht, nochmal angeschrägt haben. Dort steckt eine schöne Bautechnik dahinter. Ich finde den Turm sehr, sehr gelungen, wie er gebaut wurde. Auch hier sehr detailreich und trotzdem stabil. Auch dort steckt eine nette Bautechnik dahinter. Ich finde solche Details hier schön gelungen. Und so viel kann ich sagen, es ist auf jeden Fall ein tolles Mock. Was ich an diesem Panzer sehr schätze, ist, dass wir egal, wo wir hinschauen, kleine Details haben. Und deshalb, der Panzer kommt auch vor allem über seine Optik. Da bietet es sich sehr gut an, um ihn sich irgendwo ins Regal zu stellen oder vielleicht in ein Diorama zu stellen. Wir haben zwar das toll gebaute Kettenlaufwerk, können den Turm drehen, können natürlich auch das Geschützrohr von oben nach unten bewegen. Und wir können auch oben beim Turm ein paar Klappen öffnen. Drin ist aber nicht wirklich etwas zu sehen. Aber eines steht fest, die Funktionen sind nicht wirklich das, was diesen Panzer hier ausmacht. Ich finde es cool, dass wir zum Beispiel ein funktionierendes Laufwerk gebaut haben. Und ich finde es schön zu wissen, dass die Funktionen drin sind. Aber dieses Set bzw. dieses Mock ist klar ein Displaymodell. Für mich gibt es eigentlich gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Das Mock ist ein sehr gutes Vorbild. Das Zusammensortieren der Steine von Lestai und es dann zu verkaufen, lizenziert in Absprache mit dem Mocker, ist auch eine sehr, sehr gute Sache. Die Steinequalität ist zwar noch leicht ausbaufähig, wir haben darüber gesprochen, aber es ist alles verbaubar und bei so einem Panzer stören die Farbabweichungen nicht. Bei anderen Sachen könnte das natürlich störender sein. Man kann hier aber auf jeden Fall Zeit sparen und auch Geld, weil man hier die Steine für einen guten Kurs, zumindest für Mocks, bekommt. Und man sich die Steine nicht selber raussuchen muss oder selber an verschiedenen Stellen zusammen bestellen muss. Und deshalb ist dieses Mock auf jeden Fall von Lestai eine Kaufempfehlung und ich denke, auch bei den anderen Mocks kann man nicht viel falsch machen. Wir werden uns auf dem Kanal auf jeden Fall noch viel mehr Mocks von Lestai zusammen anschauen. Und nicht vergessen, mit dem Code VeliBrick könnt ihr, wenn ihr dort bestellen wollt, 20% sparen und mich damit auch noch nebenbei unterstützen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Wenn ihr natürlich selber schon Mocks von Lestai gebaut habt, dann schreibt mir immer gerne eure Erfahrungen damit in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer VeliBrick.